ja hallo leute ich grüße euch heute am montag dem 18 dezember 2023 um ja jetzt gleich 15 uhr und wie man schön sehen kann herrlichster sonnenschein blauer himmel das ist echt super aber die sonne haut rein aber es gibt ein großes aber ja nicht fit krank also bei mir geht's oder geht's wieder bei haas in meiner frau richtig schlimm über 39 fieber corona ist es nicht sie hat sich da getestet ich habe mich letzte woche ja donnerstag impfen lassen gegen grippe und corona das natürlich mit rein spielt dass es mich dann ab freitag abend quasi erwischt hat ich weiß es nicht und freitag sind die fäden gezogen worden das sieht eigentlich ganz gut aus hier mit der hand das heißt so geschwollen schmerzempfindlich aber ich sag mal das läuft bin aber noch raus bis zum fünften januar ja momentan eben kommt noch da grippaler infekt dazu ich habe also wahnsinnig husten schnupfen fieber hatte ich nicht aber auch dieses allgemeine unwohl sein bisschen widerschmerzen ich meine ich traf mich heute schon das zweite mal auf mit den hunden muss ja sein aber ich muss sagen es geht auch durch die sonne ist es ganz angenehm und ja es ist nichts gekommen mit videos bis jetzt weil ich aber auch ja ich muss sagen nach der op war klar dass da nicht so viel passiert und dann letzte woche vielleicht war ich ein bisschen faul keine ahnung ja und jetzt fehlt einem auch so ein bisschen die lust dadurch dass man angeschlagen ist wer fit ist das sind die hunde die sind alle fit was ist denn hier los große versammlung da kommt gehen wir weiter kommt ja so schaut es aus soll eigentlich nur ein kurzes nebenzeichen seien ja irgendwie bin ich auch ein bisschen schluckbeschwerden und wie gesagt schnupfen man hört die nase zu naja aber es wird schon wieder werden im laufe der woche ich hoffe bis heilig abend sind wir wieder fit also ich denke da speziell meine frau weil wie gesagt her geht es wesentlich schlechter der geht es aber gut oder naja die beiden händen die man schon kommen ja aber ich werde jetzt das film mal wieder einstellen nämlich keinen handschuh auf der hand da wäre die hand kalt ist auch nicht schön aber ich sage mal so in zwei drei tagen denke ich mehr ist die sache bei mir geschichte wird schon gehen die graben da wie die doofen ein bisschen viel verkehr hier links auf der straße weil unsere l ist immer noch nicht fertig aber gut im moment dann geht mich das wenig also nach hause geht es da lang aber wir machen jetzt einfach mal noch ein schlenk hier sind die getreuen und sie sind voll dabei so wir befinden uns jetzt auf dem rückweg und ich weiß nicht wie gesagt in dieser woche noch etwas anderes mit video kommt oder so vor heilig abend vor weihnachten deswegen vorsorglich wünsche ich euch eine schöne weihnachtszeit und ja wie immer denn es ist das wichtigste das zeigt sich jetzt mal wieder bleibt mir alle gesund und macht schön gut 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 Vielen Dank.